Hallo ihr Neulichen, liebe Rambazamba-TV-Freunde. Was haben wir heute am Start? Eine Hängematte und zwar eine Aluminium-Hängematte Faltbar. Guckt ihr dieses Teil mal an? Wir hatten das vor ein paar Jahren schon mal, aber in einer einfacheren Qualität. Das ist eine richtig hochwertige Qualität. Wir haben die hier von Hoberg. Schau mal, hier sieht man, was das für ein Teil ist. Das ist ein Rucksack dabei, der ist hier abgebildet. Hier mal original, dass man es auch mal sieht. Das ist schon was Vernünftiges. Da ist so wie gesagt so ein Tragetisch dabei. Da kriegt man die rein. 110 Kilo ist das Ganze zugelassen. Mit Befestigungsbänder, damit man halt auch nicht rausfliegt. Wenn man also sich reinsetzt, nicht wegfliegt. Zum Auseinanderbauen. Man hat gesehen, das Ding ist sehr stabil. 110 Kilo, einfach vernünftig. Ist nicht hier ein Schrottteil. Zum Auseinanderbauen geht es ganz einfach. Hier drücken. Ausgehängt. Drüben drücken. Mach mal auch mal. Geht nämlich einfach. Da kann man vorher einstellen, wie weit man sich schaukeln mag. Dann kann man das hier einfach aushängen. Zusammenrollen. Ich mach das jetzt mal hier easy. Easy going. So, zack. Zusammenrollen. Rein in die Tasche. Und beim Gestänge. Einfach hier Bolzen ziehen. Alle vier Bolzen ziehen. Zack, zack. Und dann einmal in der Mitte zusammen. Und das war's. Rein in die Tasche und Ende. Aufbauen genauso. Einmal hier. Bolzen rein. Einhängen. Fix und foxy. Also ganz leicht. Das Ganze kostet regulär. 99 Euro hat es mal gekostet. Dann ging es runter auf 79 Euro. Bei uns die Tasche für 70 Euro. Beim Discounter bei uns. 49,99. Oben, unten, hinten, vorne. Klicken und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.